Kriege, Krisen und Corona, leben wir in der Endzeit. Ich gehöre zur sogenannten Millennium-Generation. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Diese Millennium-Generation, die hat etwas ganz Besonderes erlebt. Und zwar hat sie den Jahrtausendwechsel erlebt. Also den Wechsel von 1999 auf das Jahr 2000. Und ich weiß, das haben nicht viele erlebt, die jetzt hier gerade unter uns sitzen. Und ich möchte mal die noch mal fragen, die das erlebt haben. Vielleicht kann der eine oder andere sich noch daran erinnern, dass während dieses Jahrtausendwechsel eine leichte Weltuntergangsstimmung herrschte. Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern? Die Menschen waren voller Erwartung, was wird denn jetzt eigentlich passieren, wenn von 1999 es auf das Jahr 2000 zugeht. Da gibt es irgendetwas mit Computer, die schaffen diesen Sprung irgendwie nicht. Die Welt wird vielleicht irgendwie in einem Chaos enden. Vielleicht wird diese Welt wirklich untergehen. Und das war ziemlich interessant, diese Zeit, die man so erlebt hat. Und ich möchte euch mal so einige Aussagen von den Zeitungen mal vorlesen. Also diese Überschriften von denen, die damals so herrschten. Eine Überschrift lautete damals, Apokalypse 2000, Sekten im Weltuntergangsfieber. Jahrtausendwechsel, Angst vor dem Richter. Jahr 2000, das Ende aller Tage. Und wahrscheinlich ist manch einer zu seinem Chef gegangen, auf der Arbeit hat ihn mal ordentlich die Meinung gesagt, mit dem vollen Wissen, die Welt dreht sich sowieso nicht weiter. Das Erschreckendste war dann am 01.01. Man wusste, der Urlaub ist bald vorbei, am 01.01. geht es wieder an die Maschine. Und das Leben ist dann eigentlich weitergegangen und es hat sich nichts geändert. Das Ganze wiederholte sich einige Jahre später durch den sogenannten Maya-Kalender. Das ist ein Kalender von einem Aztekenvolk aus Südamerika. Und dieser hatte in seinem Kalender den letzten Tag, den 23.12.2014. Da gab es ganz schlaue Leute, die haben dann gesagt, also wenn an dem Tag der Kalender endet, dann ist es ja eigentlich auch ganz logisch, dass an dem Tag der letzte Tag der Welt ist. Wahrscheinlich war einige vorsichtiger bei dem, was sie beim Chef sagten, weil es passierte nichts und die Welt hat sich eigentlich weiter gedreht. Und das war sehr interessant, was wir auch in der Einleitung, was wir auch gehört haben im Vorprogramm. Da gab es so einige Tage, die wurden ausgerechnet, die wurden auch auf die Bibel gegründet und man hat versucht zu errechnen, wann kann denn wirklich das Ende dieser Welt sein. Und diese Quelle, die dazu benutzt wurde, muss man ganz klar und deutlich sagen, die war zunächst mal wirklich sehr gut. Da haben nämlich Menschen in das Wort Gottes hineingeschaut. Und das Besondere an der Bibel, das Besondere an dem Wort Gottes ist, es umfasst die gesamte Geschichte der Menschheit, von ihrem Beginn bis hin zu ihrem Ende. Und die Bibel redet auch ganz klar vom Ende der Welt. Sie redet ganz klar von ganz großen, massiven Gerichten, die in der großen Trübsalzeit diese Erde treffen und die letzten Endes dann das Ende dieser Welt herbeiführen. Das kann man sehr gut nachlesen, beispielsweise in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und Gott offenbart und prophezeit eine Zeit, wie noch nie zuvor auf Erden gewesen, mit ganz, ganz großen Gerichten, wo die Welt wirklich zerstört und vernichtet wird. Und genau darüber möchte ich auch heute mit euch reden. Was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Ich möchte gemeinsam mit euch einiges aus dem Wort Gottes anschauen. Und ich möchte uns mal dazu herausfordern, kann es vielleicht sein, dass wir von diesen Dingen gerade heute in dieser Gegenwart etwas davon mitbekommen? Und kann es vielleicht sein, dass wir uns in einer Zeit befinden, die unmittelbar davor steht, dass der große Gerichtstag des Herrn kommt? Ich möchte dazu mal auf einige Aussagen zu sprechen kommen, die Jesus Christus gesagt hatte. Jesus Christus ging mit seinen Jüngern sehr oft spazieren. Und an einem Tag ist Jesus Christus mit seinen Jüngern an einem Tempel, an diesem großen Tempel vorbeigegangen. Und einer von diesen Jüngern war total begeistert von diesen ganz großen Bauten, was die Menschen da hergestellt haben. Und dann zeigte er Jesus Christus diesen Tempel. Und dann machte Jesus eine sehr erstaunliche Aussage. Und diese Aussage lautet, ich möchte sie mal vorlesen. Das war eine sehr interessante Erkenntnis, die die Jünger bekommen haben. Die wussten nämlich eines ganz genau. Wenn Jesus Christus zurückkommt, bedeutet es gleichzeitig das Ende der Welt. Und dann haben diese Jünger gefragt, sag, Herr Jesus, wann wird das eigentlich passieren? Und das, was Jesus hier vorausgesagt hat, das war die Zerstörung des Tempels. Und das Ganze ist genau geschehen 70 nach Christus. Durch den römischen Feldherrn Titus, die haben den Tempel angegriffen, sie haben den Tempel verbrannt. Und als sie diesen Tempel verbrannt haben, ist das Gold zwischen die Fugen geflossen. Und um nachher an das Gold zu kommen, musste man wirklich Stein für Stein wegmachen. Und somit hat sich das, was Christus damals gesagt hat, Wort für Wort erfüllt. Aber Jesus Christus redete nicht nur über die Zerstörung des Tempels, was wir in der Geschichte nachweisen können, sondern Christus redet über Dinge und Ereignisse, die weit darüber hinausgehen. Jesus Christus redet über die Vernichtung und Zerstörung dieser Welt, wie wir sie jetzt kennen. Und ich werde es gleich sagen, ich werde wahrscheinlich einige enttäuschen, Christus hat kein Datum genannt. Das ist ganz wichtig. Falls du heute Abend hierher gekommen bist und wolltest gerne wissen, wann ist dieser Tag, muss ich dich enttäuschen. Christus hat uns kein Datum gesagt. Aber das, was Jesus gesagt hat, das sind Ereignisse, die unmittelbar vorher geschehen, bevor dieser große Gerichtstag kommt. Und ich möchte mal diese Ereignisse gemeinsam mit euch anschauen. Beispielsweise sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Das ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Aussage. Das kann man pauschal sagen, weil Kriege gab es ja immer schon, seitdem es eigentlich Menschen gibt. Ich möchte mal gerne mit euch was machen. Ich möchte mal so circa die letzten 100 Jahre mit euch anschauen. Und zwar ist im Jahre 1914 etwas passiert, was es noch nie gab, seitdem die Menschheit existiert. Weißt du was? Weiß das jemand? Das war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Zum allerersten Mal gab es so einen großen, gewaltigen, massiven Krieg mit über 40 Staaten, die daran beteiligt waren, den man zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte als einen Weltkrieg bezeichnen konnte. 17 Millionen Menschen sind gestorben und das war absolut gewaltig innerhalb von vier Jahren. Und dann vergingen keine 20 Jahre, so circa knapp 20 Jahre und dann kam es zur größten von Menschen herbeigeführte Katastrophe. Das war nämlich der Zweite Weltkrieg. Und in diesem Zweiten Weltkrieg starben über 80 Millionen Menschen und über 60 Staaten waren an diesem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, also waren beteiligt an diesem Zweiten Weltkrieg. Und da muss man natürlich ganz klar und deutlich sagen, so etwas gab es nicht, seitdem die Menschheit existiert. Und innerhalb kürzester Zeit, in ganz, ganz wenigen Abschnitten, ist das Ganze passiert. Und die Welt war total auseinandergerissen, die Welt war völlig traumatisiert und der Welt war auch ganz klar, so etwas darf nie wieder passieren. Und dann gab es einige Friedensbemühungen, aber das, was letzten Endes passiert ist, war der sogenannte Kalte Krieg. Es folgte ein Wettrüsten zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und man muss auch sagen, man befand sich eigentlich nicht wirklich in einer Friedenszeit. Vielleicht können die Älteren sich noch an die sogenannte Kuba-Krise erinnern. Das geschah 1962 und folgendes ist dort passiert. Da haben die Russen in Kuba Atomwaffen Richtung USA stationiert und zum allerersten Mal hatte die Welt Angst vor einem Atomkrieg. Die Welt hatte wirklich Angst und wusste genau, wir stehen kurz vor einem Atomkrieg. Und dann gab es einige diplomatische Gespräche, man konnte das Ganze regeln. Das hat sich nicht bewahrheitet, dass man einen Atomkrieg erlebt hat, aber ziemlich interessant war, wenn man in die Bibel hineinschaut und von Kriegen und Kriegsgerichten hört und auf einmal denkt, wir stehen vor einem Atomkrieg, ich glaube, dann wird das Wort Gottes eigentlich ziemlich lebendig. Ich war gerade mal zehn Jahre, ich saß vor dem Fernseher, ich verfolgte die Nachrichten und ich hörte einen deutschen Politiker die Worte sagen, wir stehen vor einem Krieg. Und dieser Krieg ist auch passiert, das war der Golfkrieg von 1991. Kann sich wahrscheinlich auch noch der ein oder andere erinnern, ich habe die Bilder von den Nachrichten noch ziemlich gut im Kopf. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, der Irak ist ja ziemlich weit weg, aber fast zeitgleich gab es mitten in Europa den Jugoslawienkrieg. Und die Bomber der NATO flogen über Europa rüber, zerbombten Jugoslawien, viele Menschen sind gestorben, es gab ganz, ganz viel Elend. Und da hat man als kleines Kind, der ich vor dem Fernseher saß, gemerkt, was es bedeutet, wenn Krieg in der Welt eigentlich herrscht. Aber wie sieht das Ganze denn so aus? Wie hat sich das Ganze denn weiterentwickelt? Es gibt in Heidelberg ein Institut für Konfliktforschung und dieses Institut hat ausgerechnet, hat recherchiert, dass es im Jahre 2011 so viele Kriege gab, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Alleine im Jahre 2011. Wisst ihr, was drei Jahre später passiert ist? Da kam es zur sogenannten Krimkrise. Die Krimkrise war am Gange, was passierte? Irak- und Syrien-Konflikt. Irak- und Syrien-Konflikt war ein absolut gefährlicher Konflikt. Warum? Weil an diesem Krieg Großmächte beteiligt waren. USA, Frankreich, Saudi-Arabien, Türkei, China. Solche Länder haben sich letzten Endes dort in Irak und Syrien bekriegt. Und ich möchte mal die Aussage von einem Reporter vorlesen, der sagte Folgendes. Es ist dieselbe Situation wie vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es ist ein Pulverfass und es braucht nur einen Funken, um zu explodieren. Das war eine wahnsinnig gefährliche Situation. Und für die, die es noch nicht wissen, Irak- und Syrien-Konflikt ist immer noch nicht vorbei. Und das, was wir jetzt erleben, wenn wir jetzt die Nachrichten mal anschauen, wir befinden uns in einem absolut ganz, ganz großen Krieg. Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Lage. Das ist der Ukraine-Krieg. Und ich weiß nicht, ob du die Nachrichten verfolgst. Ich weiß nicht, ob du mal so ein bisschen schaust. Viele Christen machen das gar nicht mehr. Kann ich auch verstehen. Und da gibt es sehr interessante Überschriften. Und diese lauten manchmal, stehen wir vor einem dritten Weltkrieg. Dann gibt es Diskussionen von Politikern, die sagen, es ist absolut gefährlich. Da braucht nur ein Schuss auf ein Land der NATO kommen. Und wir stehen mitten in einem Weltkrieg. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und das ist das, was Christus vor 2000 Jahren gesagt hat. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ich möchte noch mal eine Aussage von Jesus aus der Endzeitrede nehmen. Er sagte Folgendes. Es werden Schrecknisse über diese Erde kommen. Und dieses Wort Schrecknisse, das kann man auch übersetzen mit Terror. Und der 11. September 2001, der hat etwas in der Welt bewegt, was es zuvor auch nicht gab. Das war der offizielle Startschuss für den weltweiten Terrorismus. Auf einmal hast du mitten in Deutschland, mitten in Europa von Selbstmordanschlägen gehört. Das gab es vorher nur im Nahen Osten. Und das ist mitten in Deutschland, mitten in Europa angekommen. Und das hat die Welt massiv verändert. Ich möchte mal einiges vorlesen, was so in den letzten Jahren passiert ist. Im März 2004 explodierten in Madrid zehn Bomben. Es gab 191 Tote. Im Juli 2005 sprengten sich Selbstmordattentäter in London in die Luft. Es gab fast 60 Tote. Im November 2015 töteten Terroristen in Paris 130 Menschen. Und das ist eine absolute Steigerung von Terrorismus in den letzten 20 Jahren, wie man das zuvor noch nie gesehen hat. Und das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Ich durfte einen Straßeneinsatz machen. Wir haben auch für so eine Veranstaltung Werbung gemacht. Und ein Mitarbeiter, der aus der Gemeinde kam, war Polizist. Und das war sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sagte ich ihm, naja, du hast ja schon mit komischen Leuten zu tun, wenn du so Polizist bist. Da sind ja schon ganz so Kriminelle dabei, oder? Und dann sagte er, Kriminelle, das sind Leute, die teilweise bis zu 60 Vorstrafen haben. Weißt du, was das bedeutet, wenn ein Mensch 60 Vorstrafen hat? Und er redet nicht von Leuten, die 60, 70 Jahre alt sind. Er redet von Leuten, die gerade mal 20 sind. Und mit diesen Leuten hat er auf der Straße zu tun. Und das, was wir auch erleben, ist ein absolut großer, gewaltiger Anstieg an Kriminalität. Ich möchte mal etwas vorlesen. Der Bürgermeister aus Mannheim hat im Jahre 2015 einen Brief an den Innenminister geschrieben. Und dort schrieb er, es gibt hier circa 40 Teenager unter 14 Jahren. Die sind höchst kriminell und wir kriegen sie nicht in den Griff. Das sind Kinder. Das sind Kinder. In Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland, gibt es an 17 Schulen einen Sicherheitsdienst. Hast du das gewusst? Die Gewalt ist so groß, so massiv, dass die Regierung dort beschlossen hat, wir müssen dort an 17 Schulen einen extra Sicherheitsdienst anstellen. Also das ist die Situation, in der wir uns befinden. Hast du die Bilder von Silvester noch im Kopf, was man da so mit der Polizei gemacht hat? Es gibt überhaupt keinen Respekt mehr vor irgendwelchen Autoritäten. Da kommt der Krankenwagen an, das interessiert die Leute nicht, ob da jemand im Sterben ist. Das interessiert die Jugendlichen heute überhaupt nicht mehr. Man hat jeglichen Respekt vor jeder Autorität verloren. Und das ist auch das, was wir in der Bibel finden. Apostel Paulus schrieb an Timotheus folgendes, in 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und ich mag das sehr gerne. Ich schaue mal auch in der Bibel einzelne Begriffe nach. Und ich habe das Wort schlimme Zeiten mal nachgeschaut. Und es bedeutet im Urtext, es bezieht sich auf Menschen, mit denen sehr schwer umzugehen ist. Und wenn du Lehrer fragst, wenn du Polizisten fragst, wenn du Rettungsassistenten fragst, was hier los ist, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier auf den Straßen haben. Und das ist die Zukunft und das Ganze breitet sich immer schlimmer aus. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt in Bezug zur Natur alles so finden, was so in der Vergangenheit passiert ist. Ich möchte dir mal etwas vorlesen. Im Jahre 2004 gab es ein Seebeben im Indischen Ozean mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. 250.000 Menschen starben. Sehr interessant. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Am 12. Januar 2010 gab es ein Erdbeben auf Haiti mit 320.000 Toten. Es war anhand der Opferzahlen das schlimmste Erdbeben auf dem gesamten Kontinent Amerika. Das ist gewaltig, oder? Innerhalb von kürzester Zeit. Und dann gab es im März 2011 das stärkste jemals gemessene Erdbeben in Japan. Innerhalb von kürzester Zeit. Und dann hat Jesus Christus noch etwas erwähnt, bevor der große Gerichtstag kommt. Und zwar hat er gesagt, ihr werdet hören von Seuchen. Hast du in letzter Zeit von einer Seuche gehört? Wahrscheinlich schon. Du hast nichts anderes gehört, oder? Und das, was wir durch Corona erlebt haben, ist etwas, was die Menschheitsgeschichte bis dahin in diesem Ausmaß noch nie erlebt hat. Und das, was wir sehen, ist das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren gesagt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, weißt du, es gab immer schon Kriege. Es gab immer schon Kriminalität. Es gab immer schon Naturkatastrophen. Es gab immer schon Seuchen. Aber das, was Jesus tut, er bezeichnet diese Dinge als die Geburtswehen einer Frau. Und zwar ist das ja so, ich meine, ich erzähle euch nichts Neues, das wisst ihr alle. Irgendwann merkt mal die Frau, dass sie schwanger wird. Dann bekommt diese Frau Wehen. Und dann werden diese Wehen stärker. Die Abstände werden geringer. Und je stärker und geringer die Abstände der Wehen werden, desto näher rückt die Geburt des Kindes. Und das, was Jesus hier vor 2000 Jahren gesagt hat, er bezeichnet das als Geburtswehen. Und das, was wir momentan sehen in den Nachrichten, das zeigt uns eine Sache ganz klar und deutlich. Der große Gerichtstag des Herrn rückt näher. Die Welt geht massiv sehr schnell ihrem Ende zu. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, es gab schon mal einen ganz, ganz großen Gerichtstag. Ich möchte mal etwas vorlesen aus 1. Mose 6, Vers 5. Dieser Vers liegt ganz, ganz tief in der Vergangenheit. Gott schaute von seinem heiligen Thron auf die Erde. Und das, was er gesehen hat, dass die Menschen in einer absoluten Boshaftigkeit und in einer absoluten Sünde gelebt haben. Ein heiliger, gerechter Gott schaut auf das, was seine Geschöpfe machen. Und das, was er sieht, ihr Herz ist absolut tief verfinstert und böse. Sie sind absolut tief in Sünde verstrickt. Und Sünde bedeutet einfach, dass man den Willen Gottes, den Geboten Gottes überhaupt nicht gehorsam sein kann. Das heißt eigentlich, dass das ganze Wesen des Menschen der Heiligkeit Gottes gegenübersteht. Epheser 4, 18 heißt es, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Also das, was die Bibel sagt, es ist zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer aufgrund der Sünde überhaupt keine Verbindung mehr da. Und Gott schaute vor einigen tausend Jahren von seinem heiligen Thron auf diese Erde und hat die Sündhaftigkeit des Menschen gesehen. Und jetzt hat Gott Folgendes gemacht. In seiner Heiligkeit hat er ein ganz, ganz großes, weltweites Gericht beschlossen. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 7, Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel. Das, was Gott damals gemacht hat, er hat eine totale Apokalypse verheißen. Und zwar hat er so eine Apokalypse verheißen. Er hat gesagt, es wird kein Mensch und es wird kein Tier überleben. Und jetzt kommt in Angesicht dieses Gerichtes ein ganz, ganz großer Lichtblick. Und da heißt es in Vers 8, Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Also da war einer, der hat Gnade vor dem Herrn gefunden, der war nicht aufgrund dessen bestimmt für das Gericht. Gott hat auf diese Erde geschaut und da gab es einen Menschen, dem hat er Gnade geschenkt. Also Noah war sicherlich kein perfekter Mensch, aber irgendwie muss er sich aus der Inneren seines Herzens auf ein Leben mit Gott ausgerichtet haben. Und Gott hat das Ganze gesehen. Der hat diese ganzen vielen Menschen gesehen, die in Sünde gelebt haben, aber er hat auch diesen einen Noah gesehen. Und über diesen einen Noah heißt es, er fand Gnade vor dem Herrn. Also dieser Mensch war kein Gottloser. Und jetzt hat Gott Folgendes gemacht. Er hat ihm ein Befehl gegeben und dieser lautete, Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden von mir zu dieser Zeit. Da gab es einen ganz großen Rettungsort in Angesicht dieses großes Gerichtes. Und das ist die Arche gewesen. Und Gott sagt zu diesem Noah, ich möchte, dass du genau in diese Arche gehst. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 7, Vers 16. Und Noah ging in die Arche und Gott schloss hinter ihm die Tür zu. Das ist so ein Vers im Nebensatz mit einer ganz großen, gewaltigen Aussage. Gott schloss hinter ihm die Tür zu. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutete, dass die Zeit der Gnade abgeschlossen war. Und wenn Gott eine Tür zuschließt, ist kein Mensch auf der Welt in der Lage, mit irgendeinem Mittel diese eine Tür zu öffnen. Und da lesen wir über diesen Noah, er ist in diese eine Arche gegangen und Gott schloss hinter ihm diese Tür zu. Das heißt also, es gab für die anderen Menschen, die übrig geblieben sind, keinen Ort der Rettung mehr. Und jetzt stellt dir mal Folgendes vor, ich möchte euch mal mitten in diese Zeit nehmen über die anderen Menschen, die nicht in die Arche gegangen sind. Die standen in ihrem Garten, die sind ihrer Arbeit nachgegangen, die haben ihren Alltag so gelebt und auf einmal fing es an zu regnen an einem Tag. Regen haben sie wahrscheinlich vorher schon auch erlebt. Aber das, was diese Menschen an dem Tag erlebt haben, dass der Regen sehr, sehr stark gewesen ist. Und es regnete, es regnete weiter und die Leute merkten, wir können der normalen Arbeit auf dem Feld gar nicht mehr nachgehen. Wir müssen uns irgendwo in Sicherheit bringen. Und dann sind die Leute ins Haus gegangen und dort vom Haus aus haben sie aus dem Fenster geschaut und da haben sie ihren kleinen Bach gesehen, der durch den Garten geflossen ist und mussten mit Erschrecken feststellen, dass dieser Bach ganz, ganz groß gestiegen ist und dass dieser Bach mittlerweile zu einem reißenden Fluss geworden ist. Und dann stand das Vieh dort im Garten und die Flut war so groß, dass die Viecher mit diesem Flut hin fortgerissen wurden. Und auf einmal erschlich manch einem die Panik. Das Wasser stieg immer mehr. Mittlerweile kam es in das Haus und aus Angst vor diesem Fluten sind die Menschen auf die Dächer geflüchtet. Und als sie dort auf den Dächern standen, haben sie nichts weiter gesehen als überall Wasser. Und auf einmal kann es vielleicht gewesen sein, dass wirklich manch einer irgendwelche Leichen dort gesehen hat. Das war der Nachbar, das waren vielleicht sogar Verwandte. Und dann wussten die Menschen ganz genau, wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Und dann kann es sein, dass manch einer dort auf dem Dach stand und dass manch einer an diesen Noah gedacht hat. Und dann kann es vielleicht sein, dass manch einer gesagt hat, Weißt du noch, da gab es doch diesen einen komischen Noah. Der hat doch diese eine Arche gebaut. Der hat doch immer erzählt, dass Gott ein Gericht schenkt. Weißt du was? Ich glaube, dort müssen wir hin zu dieser Arche und dort finden wir Rettung. Und ich bin überzeugt davon, dass manch einer versucht hat, sich auf den Weg zu machen. Aber ich bin 100 Prozent überzeugt davon, dass kaum einer durch die Fluten zur Arche gekommen ist. Und wenn es irgendeiner geschafft hat, mit irgendeinem Boot auf irgendeine Art und Weise dort zu dieser Arche zu kommen, dann stand dieser Mensch vor einer verschlossenen Tür. Warum? Weil Gott die Tür verschlossen hat. Und weil die Zeit der Gnade vorbei war. Und hat sich manch einer auf den Weg gemacht, hat manch einer geklopft. Aber das, was diesen Menschen letzten Endes passiert ist, sie sind in diesen großen Fluten des Gerichts umgekommen. Jetzt stell dir mal vor, da kam dieser Befehl von Gott an Noah. Und Gott sagte diesem Noah, du sollst eine Arche bauen, und zwar aus dem Grund, weil ich beschlossen habe, ich werde ein ganz, ganz großes Gericht über die gesamte Welt bringen. Und dann fing dieser Noah an einem Tag an, diese Arche zu bauen. Der ist mit seinen Leuten dort hingegangen, die haben Äxte gehabt, die haben die Bäume gefällt, und dann fingen diese Leute an zu bauen. Und dann kann es sein, das muss ja ein sehr großer Platz gewesen sein, dass da immer wieder Leute entlang gegangen sind, dass sie Tag für Tag gesehen haben, dass dieser Noah irgendetwas Komisches vorhat. Und dann kam Noah mit diesen Menschen ins Gespräch, und dann musste Noah denen die schreckliche Botschaft bringen, Gott wird eine totale Apokalypse über diese Erde einführen. Und alles wird vernichtet. Und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie die Reaktion von diesen Menschen gewesen ist, oder? Die haben diesen Noah natürlich verlacht. Das ist genau das, was mir als Christ auch passiert, wenn ich den Menschen sage, das, was wir alles sehen, das kündigt den großen Gerichtstag des Herrn an. Was sagen die Menschen dann? Nein, es kommt kein großer Gerichtstag. Ich habe mal mit einem unterhalten, und er sagte mir Folgendes, wir haben über die Corona-Krise geredet, und er sagte dann einfach nur, wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg geschafft, wir werden das auch schon schaffen. Also dieser Mensch versteht überhaupt nicht, in welcher Zeit wir uns eigentlich befinden. Und ich glaube, zur Zeit Noah ist es ganz genauso gewesen. Der hat wirklich diese Arche gebaut, der ist im Befehl Gottes gehorsam gewesen, und die anderen Menschen haben gelacht. Sie haben einfach nur gelacht, sie haben gedacht, Mensch, was ist dieser Noah für ein komischer Typ? Was macht er da eigentlich? Er erzählt was von einem Gericht, er baut da ein Riesenschiff, der soll doch letzten Endes eigentlich sein Leben leben. Und dann haben sie ihn verlacht, bis zu dem Tag, als er in die Arche gegangen ist, bis zu dem Tag, als es anfing zu regnen. Und dann haben diese Menschen wahrscheinlich nicht mehr gelacht. Wisst ihr, was das Besondere an der Arche war? Die Arche war der einzige Ort von Gott erwählt, wo seine Gerichte nicht greifen konnten. Die Arche war der einzige Ort von Gott erwählt, wo der Mensch Zuflucht vor dem Gericht fand. Und jede andere Möglichkeit, die der Mensch damals gesucht hat, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil Gott gesagt hat, es gibt einen einzigen Ort. Und die Gerechten gehen dort rein, und dann werde ich die Tür zuschließen. Und jeder, der von außen steht und klopft, wird dort keinen Eingang finden. Warum? Weil die Zeit der Gnade vorbei ist. Und dieses Holz der Arche weist auf ein anderes Holz hin. Und das ist ein Kreuz, das vor 2000 Jahren auf einem Hügel in Israel stand. Und wisst ihr, was das Besondere von diesem Holz war? Es war der einzige Ort, wo der Mensch Zuflucht vor dem Gericht Gottes findet. Es war der einzige Ort, wo Gottes Gnade herrschte. Und es war zeitgleich der einzige Ort, wo Gottes gewaltiges Gericht herrschte. Damals, als Gott die Sinnflut geschenkt hat, da war jeder Quadratzentimeter der Welt befleckt mit dem Wasser. Vor 2000 Jahren hat Gott noch mal ein Gericht geschenkt. Aber diesmal traf es nicht die gesamte Erde, sondern einen einzigen Mann, der an einem Kreuz hing. Und das ist sein einziger Sohn gewesen. Und das ist das, was Jesus Christus und die Arche gemeinsam haben. Es ist der einzige Ort, wo der Mensch Zuflucht findet vor dem Gericht Gottes. Es ist der einzige Ort von Gott erwählt, wo seine große Gnade herrscht. Und es gibt viele Menschen, die versuchen, außerhalb des Kreuzes diese Gnade zu finden. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen einzigen Weg. Es gibt nur einen Ort, wo Gott den Sünder gerecht sprechen kann. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Das war dieser eine Ort, wo Jesus Christus den Preis der Schuld bezahlt hat. Und die Bibel sagt, das war nötig. Warum? Wir haben es mit einem heiligen, gerechten Gott zu tun. Und dieser heilige, gerechte Gott hat gesagt, ich werde keine einzige Sünde im Himmel dulden. Das heißt ganz konkret, wenn ein Mensch in den Himmel kommen möchte, darf an ihm keine einzige Schuld zu finden sein. Aber wie kann der Mensch das machen? Gott hat das gemacht, indem er den einzigen sandte, der keine Sünde getan hat. Und der bezahlte stellvertretend diesen Preis. Und wenn ein Mensch jetzt Folgendes tut, wenn er mit seiner Schuld zum Kreuz geht, wird ihm die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Mensch steht heilig, makellos und untadlich vor dem Angesicht des Vaters. Und das ist das, was Jesus Christus am Kreuz möglich gemacht hat. Das ist das, was Gott den Menschen hinterlassen hat. Und das ist das Wort der Versöhnung, das wir hier die letzten Tage predigen. Und ich fand das schön, dass gestern nach der Botschaft auch einige kamen. Und wir haben dieses Rettungsangebot angenommen. Ich stelle mir Folgendes vor, als ich heute Nachmittag über die Predigt nachgedacht habe, da kam mir so ein Bild in den Kopf. Stell dir mal Folgendes vor, Gott würde jetzt den geistlichen Vorhang wegreißen und er würde uns einen Blick in die Ewigkeit schenken. Und ich denke jetzt bildlich. Ich denke bildlich, das steht nicht in der Bibel. Dann würde ich eine ganz, ganz große Arche sehen mit einer offenen Tür. Und ich würde ganz viele Menschen sehen, die vor dieser Tür stehen. Und dann sehe ich, wie langsam aber sicher diese eine Tür zugeht. Und dann sehe ich, wie vielleicht ganz, ganz wenige reingehen. Und dann sehe ich, wie auf einmal diese Tür zu ist und wie andere vor der Tür stehen und klopfen. Aber diese Tür geht nicht auf. Und zwar aus dem Grund, weil Gott die Zeit der Gnade begrenzt hat. Und ich bin überzeugt davon, das mag man theologisch anders sehen, Ich bin überzeugt davon, dass es im Leben eines Menschen ganz besondere Momente gibt, wo Gott den Menschen ruft. Und ich bin überzeugt davon, dass die Bekehrung, die Buße, nicht 24 Stunden am Tag für den Menschen abrufbar ist. Warum? Der Heilige Geist muss überführen, der Jesus Christus muss rufen, der Vater muss ziehen und dann muss der Mensch Ja sagen. Und irgendwann ist die Zeit der Gnade vorbei. Diese eine Tür schließt sich zu. Und dieser Noah hat dieses Rettungsangebot angenommen. Und genau wie Noah diesen einen Schritt gemacht hat, in die Arche gegangen ist, genauso muss der Mensch zum Kreuz mit seiner Schuld. Und dort wird Gott den Menschen gerecht sprechen. Dort wird Gott den Menschen alle Schuld vergeben. Und dort hat der Mensch die Garantie, dass er nicht mehr in das Gericht Gottes kommt. Und das ist ein absolut wahnsinniges Gnadenangebot, was Gott uns hinterlassen hat. Es gibt eine sogenannte Weltuntergangsuhr. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Als ich damals die Predigt vorbereitet habe, bin ich darauf gestoßen. Und diese Weltuntergangsuhr, das ist eine symbolische Uhr, die wurde erfunden von einer Zeitschrift für Atomwissenschaftler. Und sie soll der Öffentlichkeit deutlich machen, wie nahe eine globale Katastrophe ist. Und die Entscheidung, ob der Zeiger vor- oder zurückgestellt wird, das trifft der Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat, der besteht aus einigen Wissenschaftlern und darunter sind auch 15 Nobelpreisträger. Und man macht es von globalen Ereignissen abhängig, wie Kriege oder Klimakatastrophen. Und diese Uhr startete im Jahre 1947 und zwar mit sieben Minuten vor zwölf. Im Januar 2019 stand der Zeiger auf zwei Minuten vor zwölf. Das ist jetzt alles so ein bisschen vielleicht zu belächeln, aber jeder Mensch hat auch so eine Uhr. Aber du weißt gar nicht, wo dein Zeiger eigentlich steht, oder? Und es kann sein, dass deine Zeit auch langsam, aber sicher abläuft. Ich möchte mal einen Vers vorlesen. Der erinnert mich sehr an das, was Noah erlebt hat. Er ging in die Arche und die Tür schloss sich zu. So etwas in der Art und Weise erwähnt Jesus Christus auch. Und da heißt es nämlich, Lukas 13, 25, Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Und dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Das ist ein ganz furchtbarer, schrecklicher Moment, wenn der zu einem sagt, der Einzige, der einem Menschen das ewige Leben schenken kann, wenn der zu einem Menschen sagen muss, ich kenne dich nicht. Und dann kann man natürlich sagen, weißt du, ich war doch in der Gemeinde, ich war auf der Evangelisation, ich war auf den Adventskonzerten, ich habe sogar mal Traktate verteilt. Meine gläubigen Eltern, die haben mir immer von dir erzählt. Und dann wird der Jesus sagen, ich kenne dich nicht. Und dann ist diese eine Tür zu. Und das ist eine Sache, die darf im Leben eines Menschen nicht passieren. Wir machen diese Veranstaltung nicht, um zu erzählen, wie man das Leben gestalten kann. Wir machen diese Veranstaltung, um zu erzählen, wie der Mensch das ewige Leben bekommen kann. Und ich denke immer noch an dieses Lied, du gehst den Weg in die Ewigkeit. Und das ist das, was jeder Mensch tut. Aber nicht jeder Mensch wird dort oben ankommen. Die Bibel sagt, viele werden es nicht. Gehör du zu denen, die das Ziel erreichen. Gehör zu denen, die genau wie Noah das gemacht haben, was Gott wollte und die einfach diesen Schritt in die Arche gemacht haben. Und gehör nicht zu denen, über die Gott eines Tages sagen muss, ich kenne dich gar nicht. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Satz, den der Mensch hört. Und zwar aus dem Grund, weil dieser Satz ewige Konsequenzen hat. Es gibt sicherlich angenehmere Themen, oder? Ich könnte den ganzen Tag über die Liebe predigen, wie Gott die Menschen liebt. Aber wenn ich über die Liebe predige, dann muss ich sagen, woran erkenne ich die Liebe? Und dann bin ich beim Kreuz. Und wenn ich über das Kreuz rede, dann muss ich sagen, warum das Kreuz? Und dann bin ich wieder bei der Sünde. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich weiß, dass manch einer vielleicht jetzt hier sitzt und denkt, Mensch, das war irgendwie eine harte Rede. Du musst dich nicht bei mir beschweren, du musst dich bei dem beschweren, der uns das Wort Gottes hinterlassen hat. Es ist ganz, ganz ernst. Es ist ganz, ganz ernst. Und ich wünsche dir, dass du heute eine ganz wichtige Entscheidung triffst. Ich spreche ganz besonders zu denen, die paar Mal vor dieser Arche standen, bei ganz besonderen Momenten im Leben, aber die dann immer wieder zurückgegangen sind. Mach das heute nicht. Wag heute diesen einen Schritt und mach das, was Noah gemacht hat. Er ging in die Arche. Geh du heute zum Kreuz. Lass dich retten, lass dich freikaufen durch das Blut Jesu vom ewigen Gericht Gottes. Dass du Gott nicht als deinen Richter, sondern dass du Gott als deinen himmlischen Vater heute anerkennen darfst. Und das ist reine Gnade, die Gott dir schenkt. Und wir wissen nicht, wann wir bei Gott vor Gericht antreten müssen. Keiner weiß, wie seine Uhr schon abgelaufen ist. Aber eines Tages wird es soweit sein. Und bis dahin bitte ich dich dringlich, lass dich heute Abend retten. Wir werden gleich ein Lied hören. Ich werde ein Gebet sprechen und danach werde ich das machen wie die Abende. Ich werde runtergehen in den Seelsorgeraum und ich werde auf die warten, die vor der Arche stehen, aber die heute diesen einen letzten Schritt machen und die sich heute retten lassen. Kriege, Krisen und Corona leben wir in der Endzeit. Ich würde sagen, ja, das mag jeder anders sehen. Aber irgendwann ist für jeden Menschen die persönliche Endzeit da. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Frage zur Ewigkeit zu klären. Und das darfst du heute tun. Ich bitte euch alle aufzustehen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ich werde Amen sagen und ich bitte euch stehen zu bleiben. Und direkt im Anschluss werde ich runtergehen in den Seelsorgeraum. Und ich wünsche mir, wenn du genau weißt, Gott hat dich angesprochen, dass du nicht lange überlegst, sondern dass du hinterher kommst und dass du heute in diese Arche reingehst. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir auch für die Ernsthaftigkeit, die du uns in deinem Wort hinterlassen hast. Und wenn wir in deinem Wort lesen, dann lesen wir auch von diesem Gericht, was durch die Sinnflut damals geschehen ist. Und wir lesen von diesem Noah, den du gerecht gesprochen hast, der gerettet wurde. Aber wir lesen auch in deinem Wort, dass einmal ein ganz, ganz großes Gericht auf diese Welt kommt. Und du hast uns die Zeichen dafür genannt. Und auch das ist das, was wir momentan überall erkennen dürfen. Und du hast dieser Welt ein Ende gesetzt. Du hast aber nicht gesagt, wann es soweit sein wird. Aber du hast gesagt, wir sollen wachsam sein und nüchtern. Wir sollen die Zeichen der Zeit betrachten. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Tür der Gnade noch auf ist. Aber wir wissen, dass du eines Tages auch diese Tür schließen wirst. Und wir bitten dich, Herr Jesus, ganz besonders für jetzt, für diesen heutigen Abend, dass du Menschen bei der Hand nimmst und dass du sie heute zu deinem Kreuz führst. Dass sie sich heute retten lassen und dass sie nicht in das große Gericht kommen und dass sie nicht für Ewigkeit gerichtet werden, sondern dass du sie heute durch dein Blut freisprechen kannst vom Gericht. Ich möchte beten, ganz besonders für die, die vielleicht jetzt innere Kämpfe haben. Vielleicht hatten die das schon oft und haben immer wieder verloren. Schenk du ihnen heute diesen Sieg, dass sie wirklich sich bewusst für dich entscheiden. Lob und danke, Herr Jesus, für die Abende, die du geschenkt hast. Und daran dürfen wir erkennen, dass du immer noch willst, dass Menschen gerettet werden. Herr Jesus Christus, begegne heute Menschen und rette sie zu deiner Ehre. Amen. Gott segne dich bei deiner Entscheidung. Ich werde jetzt runtergehen und du darfst gerne sofort hinterherkommen.